Was können Sie außer dem Rauch sehen? Im Moment noch nichts, aber die werden versuchen, über den Fluss zu setzen. Das darf Ihnen nicht gelingen? Natürlich darf Ihnen das nicht gelingen, nur... was machen wir, wenn wir Sie nicht daran hindern können? Bitte um Erlaubnis, die Brücke sprengen zu dürfen. Das kommt nicht in Frage. Jawohl, Herr Feldmarschall. Die Fluss nicht überqueren, dann wir werden keine Brücken vernächtigen. Sind alle Sprengsätze angebracht? Jawohl, Herr General. Alles ist angeschlossen und fertig. Hauptmann Kraft steht wie befohlen bereit. Gut. Diese Brücke fällt nicht in feindliche Hände. Sobald die ersten englischen Panzer draufrollen, jagge ich sie in die Luft. Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Führer. Koch, das ist doch ein Koch-Araldo.